so ist es die frage ist doch schon wieder ein bisschen her hier ist ein schalter das ist natürlich interessant ah 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 Huh. Moment, könnte man das nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine... Bingo! Und dass wir dann... Wir müssen uns trotzdem klein machen. Und in dem Fall... Bingo! Aber wir kommen weiter. Mach mir irgendwie gern hier den. Da ist mal wieder groß. Aber irgendwie kommt weiter. Oh! Da sind wieder Kollegen hier. Ja, tut mir leid. Also ich habe nur ein bisschen Hunger. Na komm, ich... Die Tür braucht doch keiner. Den Androiden, den will ich gar nicht. Das ist wie ein Getränkeautomaten. Okay, das wird dann... Okay, das wird dann... So, da ist ein Gitter. Da sind wir natürlich weg. Also kann man nach unten wie nach oben. Hier, also müssen wir das Ding hier wohl fluten. Scheinbar können wir das ganze Ding hier fluten. Nein! 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 Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist doch wieder die falsche Seite. ok oben ist offen das ist schon mal positiv die kümmer weiter nichts machen wir immer also wieder hoch weg mit den gitter lässt mich in ruhe ich habe heute hunger sorry wir waren auf dem klo aber erst mal hier wieder wir müssen uns wieder fortpflanzen so damit haben wir dann auch erst eine ding wieder infiltriert das ist sehr schön also nur noch nach oben würde ich mal sagen weil ja ha jetzt tut mir leid ist er hat uns einfach erschossen der sack das sind also drei wir müssen ein bisschen aufpassen was wir dann machen oder wir müssen direkt einfach erst mal nach oben und jetzt müssen wir uns so erstmal wieder ernähren so hier ist noch was zu futtern und da liegt auch noch ein stück beim wie lebt hier noch was meine wir haben alles gefressen was zu fressen geht ach hier da hat auch noch ein bisschen was lassen wir auch nicht übrig keine angst da hat auch nicht oh 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 man Mann. Da steht ist aber auch nichts dran. Und wir brauchen unsere große Form. Ansonsten können wir da nicht durch. Also müssen wir uns kurz regenerieren. Kurz eine kleine Regenerationsnummer und dann geht's wieder hoch. So und jetzt kommen wir hier. Direkt raus. Hier platzen wir uns direkt wieder fort. Wir übernehmen so gesehen die Basis hier Stück für Stück. Weg mit den Eisengittern. Achso, das ist noch ein Eisengitter. Aber ich komme natürlich nicht lang. Hier kann man, ja. Das ist noch ein Eisengitter. Ähm, das ist noch ein zu groß dafür sind für den Teil. Kommt mir irgendwie so vor. Okay, die Ecke kennen wir. und wenn wir dann hier hoch machen, kommen wir dann so gesehen in den anderen Teil wahrscheinlich. Genau hier zum Stromkasten. Was hat das nun bewirkt? Was hat das nun bewirkt? Ah. Um uns aufsplitten, aber... da oben. Damit sollten wir dann... den Schalter sollten wir jetzt aktivieren können, wenn ich mich nicht ganz irre. Bingo. 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 Ähm. Jetzt bin ich verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ach, hier ist ein Laser. Das ist ein Laser hier. Wir haben ja... So. Aber was hat dieser Schalter eigentlich bewirkt? Hier ist Exit. Hier pflanzen wir uns wieder fort. Wird er uns zugesehen noch ein Ding. So, weg mit dem Gitter. Da drüben kann man nicht lang. Können auch unten, aber... Ah, hier sind zwei Schalter, aber... Erst mal. Erst mal eine Mahlzeit. Das war schon mal gut. Das war nicht gut. Das war nicht schön. Hallo, Mr. Roboto. Dann gehe ich erst mal hier durch die Tür. Ach, das ist für den Schalter. Okay. Die Frage ist... Ist das schlecht oder ist das jetzt positiv? Ich habe nämlich halt keine Ahnung, was das für ein Negatives für uns jetzt hat. Was ist das vielleicht wegen... Hier kann man halt noch nicht lang. Wir müssen... Der Weg ist halt länger geworden. Aber eigentlich müssen wir ja auch zurückkommen. Ich gehe nach Something. Ich gehe jetzt mal nur weiter. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt nicht einfach an Einzelfdechハ Ninifesta. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt an einen Fleming von dort. na komm tricks maschine aber wirklich tricks maschine bisschen größer müssen wir noch sein wegen unserer attacke hier wieder besser aufgestellt jetzt kriegen wir das wahrscheinlich nicht tut mir ja leid dass ich dich halt beim kacken gestört habe ich hätte hunger so damit ist er weg und hier kommen wir dann genüsslich wir uns fortpflanzen und das letzte ding ist offen und die können sich auf nachwuchs freuen oder auch nicht freuen je nachdem jemand sehen möchte müssen wir nur noch zum exit kommen jetzt sieht so leer aus das ging um die kette besser als gedacht mit den drohen wollten wir hätten uns hier einfach verstecken können vor dem drohen wahrscheinlich ich habe hunger die drohen machen da drüben kann man nicht raus also hier lang lassen wieder ein schalter was gesagt wieder das gleiche spiel müssen kleiner machen das ja scheinbar schon aber diesmal möchte ich dann schon ich frage es mir lieber noch was ich bin gerne größer muss ich mal so sagen bei den wegen den vierchen da unten ich bin gerne so tut mir leid aber ich habe hunger ich habe sowas von hunger und vor allem muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren verdammt das wäre fast schief gegant aber nur fast schiff gegen so erst mal vollfressen wieder das sind wir vollfressen es reicht nicht mal so und hier kommen noch ganz hier schalter das klein machen dann fresse ich mich wieder auf so gesehen ja ich fress mich und ich fressen dann abgetrennt ist oder ich nehme es wieder auf als ein bisschen merkwürdig der eine ist mit schild ich habe mir jetzt noch meine anderen dingen ich bin ein intelligentes monster ich bin vielleicht nicht das stärkste monster aber ich bin ein intelligentes monster wird zumindest ich versuche es zu sein so und direkt wieder speichern das doch schön damit haben wir auch hier den ausgang gefunden sind das für ein mist jetzt ist hier wieder zu und drüben ist offen wo ist der unterschied dazu so erst mal hier den armen kerl verknudeln das war so gesehen der richtige hebel oder auch nicht jetzt war dann so gesehen der falsche hebel da bringt mich hier gar nichts habe ich das gefühl also das ist gerade nicht zugelaufen wie es gern hätte er knallt euch gegenseitig ab das ist mir recht aber knallt nicht mich ab ich schalte mich jetzt erst so so türe auf weg damit hier auch auf aber erstmal hier rüber hier ist neue dna die brauchen war das problem ist wie kommen wir rein scheinbar von unten so neue dna für uns nur den absolut parallelismen in dem realisieren das bringt uns das können ja nicht steuern doch etwas verwirrt wir können den steuern das ist natürlich interessant wir steuern den typen die übernehmen den gefällt mir was hat das ganze jetzt eigentlich nun gebracht wir können leute steuern und übernehmen hier ist halt sonst nichts es ist so gesehen einfach nur um hier rauszukommen das haben wir dann hier alles gemacht und dann können wir den hier hier ist es hier ist es es ist range und cool zugleich es ist eine andere art und voranzukommen definitiv mal was anderes aber jetzt noch das exit also wenn wir hier schon so weit sind und so doof bei links ist ein schalter damit hammer hier alles wird und freigeschalten sind wir denn hier die science die wissenschafts abteilung ja ich werde mal dann Vielen Dank.